Workation sind in erster Linie lange Tage. Aber sehr, sehr schöne lange Tage, also mit viel kreativer Arbeit und vielen Gesprächen, viel Input und tollen Erlebnissen, witzigen Erlebnissen. Das ist Workation. Workation ist eine mixture von Arbeit und Vacation. Es ist ein internationales Projekt für junge Leute aus Italien, Polen und Deutschland. Es ist für junge Leute, die interessiert in die Geschichte, motiviert werden, um ein bisschen arbeiten zu können und sind offen für zu kennenlernen, zu kennenlernen, zu kennenlernen, zu kennenlernen, zu kennenlernen. Ich denke, die beste Sache an dieser Workation ist, natürlich, die Atmosphäre, wirklich großartige Leute. Wir haben zwei Workshops, eine ist Archeologie und die andere ist Metall. Ich bin in der zweiten. Wir machen schildern, die Maske von vorigen Kriegen von Stalag. Ich bin in Archeologie. Ich denke, wir machen wirklich, wirklich tolles Dinge. Wir wissen viele Dinge über die Geschichte, über Stalag. Wir können einfach als Archeologie sein. Und wir haben wirklich Spaß, mit der Musik und viel Spiele. Das ist wirklich, wirklich großartig. Also hereinale debatsche Đ spiritualität. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und wir haben einen Ton-みたいat will, aus dem Weg有一$ 6 kings und auf den Rad. Und ich bin in Archeologie,